Hallo meine Lieblings-Nerds, schön euch wiederzusehen. Ich bin wieder aus Japan zurück und ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich wohl in etwa zwei Jahren arbeitslos sein könnte. Warum, fragt ihr euch? Naja, Nvidia ist schuld. Ja, ihr habt richtig gehört. Nvidia, die Firma, die uns die Grafikkarten gibt, die wir zum Zocken, sorry, ich meine natürlich zum Entwickeln von Software nutzen, macht mich arbeitslos. Schaut euch dieses Video an. Sieht aus wie ein Stormtrooper, der am Strand Staub saugt, oder? Naja, das ist halt nicht echt. Es ist alles eine Lüge. Es ist eigentlich ein von Nvidia's KI generiertes Video. Ja, das ist richtig. Eine KI hat dieses Video gemacht. Ich meine, das ist schon sehr beeindruckend, oder? Und für Leute wie mich, die Videos erstellen professionell, ist es auch ein bisschen beängstigend. Ich meine, wenn eine KI schon solche Bilder erstellen kann, wann sind dann eben solche KI-generierten YouTube-Videos drin? KI-generierten Informatiker? Apropos Informatiker, ich hab da was für euch. Am 31. Mai um 19 Uhr spreche ich mit Dr. Alexander Brändle von der FHDW auf Twitch und Discord darüber, wie ChatGPT das Studium ändern wird und auch schon geändert hat, fairerweise. Das Ganze findet im Rahmen der Do-IT-Kampagne von unserem Partner der Fachhochschule der Wirtschaft statt und ist natürlich ein unfassbar wichtiges Thema für alle, die entweder schon Informatik studieren oder das in nächster Zeit vorhaben oder vielleicht sogar schon hinter sich haben. Denn wie ich schon gespoilert habe, ChatGPT ist ein massiver Game Changer für meine Arbeit und die von zig Informatikern, aber auch eben Studenten und Dozenten da draußen und das nicht nur im negativen Sinn. Deswegen tragt euch direkt jetzt den 31. Mai 19 Uhr auf Twitch und oder Discord ein und ich freue mich sehr, euch dort zu sehen bzw. zu hören und natürlich auf eure Fragen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das nicht haben kommen sehen. Wir sind Informatiker. Wir wissen, dass wir uns selber irgendwann obsolet machen wollen. Wir wissen, dass eine KI kommen will, um unsere Jobs einfach zu übernehmen. Aber wir dachten, vielleicht hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Nur noch ein paar Jahre, um unser Geld zu verdienen und dann in Rente zu gehen, bevor die Maschinen übernehmen. Aber nein, Nvidia muss natürlich alles ruinieren und bringt schon jetzt diese Text-to-Videosynthese auf den Markt. Vielen Dank, Nvidia. Aber ernsthaft, es ist eigentlich ziemlich cool. Schaut euch das mal an. Gut, lasst uns das mal aufdröseln. Nvidia hat etwas namens Video Latent Diffusion Models oder Video-LDMs entwickelt. Das klingt erstmal kompliziert. Und ist es vielleicht auch ein bisschen. Aber ich bin ja hier, um es euch zu erklären. Oder zumindest um es zu versuchen. Also, in der Grundform geht es darum, Bilder in einer niedrigeren Dimension zu modellieren. Das bedeutet, dass wir nicht mehr jeden einzelnen verdammten Pixel berechnen müssen, was wirklich eine Erleichterung ist. Weil wer hat schon Zeit, sich um jeden Pixel einzeln zu kümmern? Naja, unsere Grafikkarte auf jeden Fall nicht. Und deswegen haben wir das coole Teil hier. Sie haben einfach die Technik genommen, die man zum Bildergenerieren anwendet und sie dann auf Videos angewendet. Also, anstatt nur ein Bild zu generieren, generieren sie einfach eine Sequenz von Bildern. Hört sich einfacher an, als es ist. Es ist nämlich nochmal deutlich schwieriger, als einfach nur ein Bild zu generieren, so wie mit Journey oder Stable Diffusion das Ganze macht. Denn die Bilder, die gebaut werden, müssen ja passend hintereinander angezeigt werden. Es darf ja nicht irgendwie so sein und plötzlich so. Oder es macht ja besonders wenig Sinn, mich jetzt zu zeigen und anschließend das hier. Hallihau, meine Lieben! Genau dafür haben sie etwas Neues eingeführt in die Gesamtstruktur, nämlich eine Art Temporal Layer, um eben Videos zu generieren, die auf Zeit abgestimmt sind. Und jetzt kommt der Teil, der mich nervös macht. Sie haben diese Technologie genommen und sie eben auf Text-to-Video angewendet. Das bedeutet, sie können einen Text nehmen, ihn durch ihre magische Maschine laufen lassen und herauskommt dann eben ein Video. Ein Video, das auf dem basiert, was im Text steht. Das ist so, als hätten wir plötzlich einen Filmregisseur, der genau das macht, was im Skript steht. Und wir alle wissen ja, dass das quasi nie passiert. Also ja, es ist beeindruckend und es macht mir Angst. Aber wir schauen uns das jetzt nochmal etwas detaillierter an. Und Latent Video Diffusion Models sehen so aus. Und nein, Latent bedeutet hier nicht, dass die Modelle irgendwie faul sind. Im Gegenteil, sie sind eigentlich sehr eifrig und machen echt eine gute Qualität. Die brillante Idee hierbei ist, einfach diese Bildgeneratoren als Black Box zu nehmen, also Stable Diffusion in diesem Fall tatsächlich, und die dann eben mit diesem Temporal Layer zusätzlich noch auszustatten. Stellt es euch so vor, ihr habt einen sehr talentierten Maler als Black Box, der aber überhaupt kein Konzept von Zeit hat. Das heißt, er malt einfach jedes Bild unabhängig. Haben wir ja schon geklärt. Das war eben bei Stable Diffusion und Dreambooth tatsächlich normal, logischerweise. Ich persönlich finde ja übrigens immer noch Midjourney besser, auch wenn es was kostet. Aber die sind in dem Paper nicht erwähnt, weil sie eben nicht Open Source sind. Vielleicht eine Chance mit Journey. Na, wie wär's? Gut, sagen wir jetzt, wir geben diesem Maler eine Uhr, also diese temporalen Layers, und sagen ihm, er soll diese Gemälde bitte zeitlich abstimmen. Das ist im Grunde genau das, was NVIDIA getan hat. Um die Modelle jetzt eben videobewusst zu machen, haben sie mehrere Schichten zwischen die einzelnen Bildgenerierungsschichten angehängt, die als zeitliche Schichten dienen. Sie nennen das Ganze Video Aware Temporal Backbone. Klingt cool, ist es eigentlich auch. Jetzt haben wir also ein Modell, das sowohl räumliche als auch zeitliche Ebenen hat. Aber das ist noch nicht alles. Sie fügen nämlich auch noch temporale Autoencoder hinzu, um flackernde Artefakte zu vermeiden. Um die kümmern wir uns nachher. Denn niemand mag flackernde Videos. Der Trick bei dem Video Aware Temporal Backbone ist jetzt, wir nehmen die Schichten von Stable Diffusion, die uns diese schönen Bilder generieren, als Black Box an und verändern sie auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen sie aber davor schon trainiert haben. Und jetzt nehmen wir diese fertig trainierten Schichten und packen da eben diese zeitlichen Schichten zwischen rein, so wie wir das gerade besprochen haben. Das heißt, die räumlichen Schichten, die sind eigentlich fix, die verändern sich nicht mehr, weil schöne Bilder generieren können wir ja schon. Was wir noch nicht können, ist diese zeitliche Komponente. Und die wird jetzt trainiert. Und das ist auch das Einzige, was NVIDIA hier fairerweise trainiert hat. Die temporalen Schichten wechseln sich mit den räumlichen Schichten in diesem Szenario ab. Das muss man nicht so machen, kann man aber durchaus so tun. Die temporalen Schichten lernen jetzt, die einzelnen Frames zeitlich zu synchronisieren und ebenso ein konsistentes Video zu erzeugen. Das Modell besteht also aus einer Kombination von diesen räumlichen Schichten, die fix sind, und zeitlichen neuen Schichten. Dieses Konzept, einfach die räumlichen Schichten fix zu halten und nur die temporalen Schichten neu zu trainieren, hat einen riesigen Vorteil. Denn die räumlichen Schichten werden ja auf gigantischen Bilddatensätzen trainiert. Und die haben wir ja eigentlich schon. Aber Videodaten sind oft eben weniger verfügbar, vor allem mit Labels dran. Und nur für das Training der temporalen Schichten brauchen wir Videos. Die räumlichen Schichten können wir weiter nur mit Bildmaterial trainieren. Diese Methode führt zu einer effizienteren und effektiveren Videoerzeugung und stellt eben einen bedeutenden Fortschritt in dieser KI-gestützten Videoproduktion dar. Bis hierhin könnte man also sagen, es ist keine Raketenwissenschaft, sondern noch ein bisschen komplizierter. Dazu kommt dann noch eine sogenannte Temporal Autoencoder Fine Tuning Technik, kurz TAUF. TAUF ist eine Technik, die sich hauptsächlich auf die Feinabstimmung von Zeitreihen Daten konzentriert. Diese Methode baut auf den Grundlagen von Autoencodern auf, indem sie die Verwendung von Encoder-Decodern-Architekturen nutzt, um eine kompakte Repräsentation der Eingangsdaten zu erhalten. Also quasi die Videodaten oder die Zeitreihen Daten schön komprimiert zusammenzufassen. Der Prozess beginnt mit der Ausbildung von einem sogenannten Autoencoder auf einem möglichst großen Datensatz, damit man möglichst gut versteht, was da drin sein soll. Die kennt ihr übrigens aus meinem Kurs zu neuronalen Netzen. Könnt ihr euch gerne angucken. Der Autoencoder besteht dann aus zwei Hauptteilen. Dem Encoder, der die Eingangsdaten in einem kleineren, dichteren Code oder eine latente Raumrepräsentation kodiert, daher der Name, und dem Decoder auf der anderen Seite, der versucht, die ursprünglichen Daten aus diesem Code zu rekonstruieren. Das hört sich jetzt kompliziert an, führt aber dazu, dass wir immer wieder neue Videos bauen, die eben den Videos, die wir reingespielt haben, einfach ähneln. Dieser Prozess der Codierung und Dekodierung hilft dem Modell, die Hauptmerkmale von den ganzen Daten, die wir reingegeben haben, zu erkennen und zu lernen. Nachdem der Autoencoder gebaut wurde, wird er dann eben auf diese Zeitreihen Daten angewendet. Also hier eben die Videos. Die Idee ist, dass der Autoencoder die Hauptmerkmale der Zeitreihen lernen soll und dabei helfen soll, die Zeitreihen in einen kompakteren, dichteren, latenten Raum zu kodieren. Dieser latente Raum kann dann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, eben zum Beispiel Vorhersagen, Anomalieerkennung, aber eben auch zum Erstellen von neuen Zeitreihen oder Videos. Das Feintuning in Temporal Autoencoder Feintuning bezieht sich dann auf die Anpassung von genau diesem Autoencoder an die spezifischen Merkmale dieser Zeitreihen Daten, aka Videos. Das kann durch eine zusätzliche Trainingsphase erreicht werden, in der der Autoencoder auf einem kleineren, spezifischeren Datensatz von Videos trainiert wird. Durch das Abstimmen kann das Modell dann besser auf die Besonderheiten von genau diesen paar Zeitreihen Daten, also Videos reagieren und eben genauer neue Zeitreihen Videos erstellen, die diesen paar ähneln, die ihr reingegeben habt. Ein wichtiger Aspekt von diesem Tuff ist die Fähigkeit eben, diese zeitlichen Abhängigkeiten in den Daten zu erkennen und zu modellieren und das wird natürlich mit rekurrenten neuronalen Netzen gemacht. RNNs beziehungsweise Long-Short-Term-Memories, was quasi eine Variation von den RNNs ist, die viele Nachteile nicht mehr haben, haben wir auch in anderen Videos geklärt. Diese Fähigkeit, zeitliche Abhängigkeiten zu modellieren, macht Tuff besonders nützlich für die Arbeit mit Zeitreihen Daten, wo eben die zeitliche Reihenfolge und Abhängigkeit von Ereignissen eben besonders wichtig ist, weil, wie gesagt, Video, nicht einzelne Bilder. Okay, ich versuche das Ganze jetzt mal ganz, ganz knapp zusammenzufassen. Man nehme Stable Diffusion, das als Blackbox einfach Bilder generieren kann, als gegeben. Als Analogie sagen wir, Stable Diffusion ist wie ein Wörterbuch und baut uns einzelne Wörter. Ihr werdet nachher sehen, wo ich hin will. Anschließend sagt man, bitte erstell mir jetzt nicht nur Wörter, sondern ganze Sätze, die Videos. Fast ein bisschen wie bei einem Sprachmodell wie ChatGPT. Nur eben für Bilder. Und das ist noch lange nicht gut oder kinoreif. Das können wir, denke ich, alle anhand der vielen Beispiele hier sehen. Aber wenn wir bedenken, dass sogar fünf Minuten lange Clips in diesem Paper möglich waren, dann sieht man hier sehr, sehr große Möglichkeiten, die sich da auftun. Stable Diffusion sah vor einem Jahr noch furchtbar aus. Mittlerweile sehen KI-generierte Bilder besser aus als das, was ich teilweise mit meinem Handy einfangen kann. Aber KI-generierte Inhalte sind auch immer eines. Trainingsdaten für andere KI-Systeme. Diese Videos hier könnten von Autoherstellern als Trainingsdaten für selbstfahrende Autos genutzt werden. Die Möglichkeiten sind spannend und man kann gerade diese Edge-Cases erzeugen, die man in der Realität einfach viel zu selten hat. Und ja, es erscheinen mehr Paper, als ich euch irgendwie vorstellen kann. Aber ich denke, ich kann es zumindest probieren, die spannendsten für euch rauszupicken und zu zeigen. Was meint ihr? Ist das spannend oder eher uninteressant für euch?